Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier am ersten Weihnachtsfeiertag aus dem Münsterland. Ich möchte euch von hier aus ein frohes und entspanntes Weihnachtsfest wünschen. Ich bin reichlich beschenkt worden. Meine beiden Töchter sind für gut zwei Wochen zu Besuch zu Hause. Das ist das größte Geschenk, was man mir machen konnte. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen zu meinem nächsten Livestream am kommenden Mittwoch. Das ist der 28.12.19 Uhr hier auf meinem Hauptkanal Swobo. Nicht so wie sonst üblich auf meinem Live-Kanal. Dort gibt es noch mal einen kleinen Jahresrückblick, was war 2022 bei mir auf meinem Kanal Swobo los und was ist vor allem im nächsten Jahr geplant. Und ich frage auch euch, was ihr für Ideen habt. Wie kann ich das nächste Radfahrjahr, Outdoorjahr, Wanderjahr, wie auch immer gestalten. Was habt ihr da für Ideen für mich und darum würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid am nächsten Mittwoch. Livestream hier bei Swobo und jetzt noch ein entspanntes Weihnachtsfest. Ciao!